»Die Tragödie um Luther ist perfekt, wäre sie doch niemals aufs Theater gelangt«, schrieb Erasmus von Rotterdam, als auf dem Reichstag 1521 in Worms die Reichsacht gegen Martin Luther verhängt worden war. Erasmus gab Luther durchaus in einigen Punkten recht, doch er hatte den Wittenberger schon früh gewarnt, seine Kritik an der Kirche nicht unter das gemeine Volk zu tragen, sondern die Vorschläge zu einer Kirchenreform mit gelehrten Theologen zu klären. An seinen Freund Ulrich Zwingli, den Priester am Großmünster in Zürich, schrieb der Niederländer nun »Was ich maßvoll und für bestimmte Fälle gesagt habe, hat Luther maßlos verhängt.« Zwingli stimmte dem Niederländer zu, aber er ermahnte ihn gleichzeitig, vorsichtig zu sein. Denn es war bekannt, dass der päpstliche Nunzius Aleander auch Erasmus längst auf die Liste der verdächtigen Ketzer gesetzt hatte. Um ihn nach dem Wormser Reichstag aus dem Schussfeld der Ereignisse zu holen, hatte Zwingli dafür gesorgt, dass der Rat der Stadt Zürich Erasmus das Bürgerrecht angeboten hatte. Doch der zog es vor, sich an keinen festen Ort zu binden und lehnte ab. »Ich danke sehr für deine und deiner Stadt liebenswürdige Gesinnung mir gegenüber. Doch ich wünsche Weltbürger zu sein, allen zu gehören, oder besser noch, Nichtbürger bei allen zu sein.« Erasmus, der auch Fürst der Humanisten genannt wurde, galt überall in Europa als die herausragende Autorität und genoss besonders unter den humanistischen Gelehrten höchstes Ansehen. Der Niederländer war der erste Schriftsteller, der durch das neue Medium Buch international populär geworden war. Seine Schriften zirkulierten nicht nur in Gelehrtenkreisen, sondern wurden auch von weltlichen und geistlichen Fürsten gelesen. Erasmus von Rotterdam hatte durch das Studium der antiken Literatur den Weg zu einer neuen Theologie gefunden. Er wollte eine Philosophia Christi, die sich von den kirchlichen Dogmen lossagte und in Christus eher einen Lehrer wie Sokrates sah. Denn die wahre christliche Gesinnung, davon war er überzeugt, betrifft allein das Innere des Menschen und spielt sich auf einer rein geistigen Ebene ab. Jede Form der äußeren Religiosität ist Erasmus-Suspekt. Rituale und Zeremonien lehnt er als religiösen Materialismus ab. Das Ziel seines christlichen Humanismus ist die Erneuerung der Menschen durch Erziehung und Bildung. Als Christ zu leben, bedeutet für Erasmus vor allem eine offene, humane Lebenshaltung einzunehmen. An diesen Vorstellungen des Niederländers orientierte sich auch Zwingli. Auch er lehnte eine von kirchlichen Gesetzen überladene Frömmigkeit ab und setzte sich für ein durch Bildung gefördertes Christentum ein. Außerdem hatte er von Erasmus übernommen, dass die Wirklichkeit in Geist und Materie geschieden ist. Es geht also darum, diese beiden Bereiche nicht zu vermengen. Deshalb ist es die Aufgabe des Menschen, sich des Irdischen und Materiellen immer mehr zu entziehen, um sich dem Geistigen anzunähern. Dazu der Kirchenhistoriker Ulrich Gäbler. Doch gerade auf diesem Gebiet musste er schon für seine Zeit als Pfarrer in Glarus und in Einsiedeln immer wieder sein Scheitern eingestehen. Ich hatte mir vorgenommen, kein Weib zu berühren, weil der Apostel Paulus sagt, es sei gut, kein Weib zu berühren. Aber es ist mir wenig gut geraten. In Glarus blieb ich ein halbes Jahr meinem Vorsatz treu, in Einsiedeln ein Jahr, nicht länger. Die Ehrlichkeit, mit der der Priester seine unerlaubten Beziehungen zu Frauen zugab, hat ihm nicht geschadet. Der Kirchenhistoriker Gottfried Locher. Die Entschuldigung, er habe sich immer an den Lebensgrundsatz gehalten, keine Ehefrau, keine Jungfrau, keine Nonne, nahm gemäß der damaligen Mentalität unter Klerikern und Laien der Angelegenheit jede Bedeutung, wie sie in der Tat auch keine Folgen für die Wahl ans Großmünster gehabt hat. Tatsächlich war er nur eine Woche, nachdem er seinen sogenannten Beichtbrief an den Chorherrn Heinrich Utinger geschickt hatte, von den Chorherrn des Züricher Großmünsters auf Empfehlung des Rates der Stadt zum Priester an ihre Kirche berufen worden. Das Großmünster war damals nach der Kathedrale in Konstanz das bedeutendste Stift im Bistum Konstanz. Die Wahl war nicht nur auf Zwingli gefallen, weil er als ausgesprochen gelehrt galt, sondern es gab dafür auch politische Motive. Ulrich Gäbler. Mit Zwingli holten die Chorherren einen Mann, dessen politische Einstellung zudem zur Franzosenfeindlichkeit Zürichs passte. Nach den vernichtenden militärischen Niederlagen der Eidgenossen von 1515 waren nämlich die Beziehungen zu Frankreich in den Hintergrund getreten und man hatte sich stattdessen einer Unterstützung der Politik des Papstes zugewandt. Und von Zwingli wusste man, dass er die Verteidigung des Papstes durch die Eidgenossen für eine Sache der nationalen Ehre hielt. Nachdem Zwingli dann im Januar 1519 im Alter von 35 Jahren seine Pfarrstelle am Großmünster in Zürich angetreten hatte, war er schon wenige Monate später vor eine gewaltige Herausforderung gestellt worden. Denn in der Stadt war die Pest ausgebrochen. Und während er sich unermüdlich um die Seelsorge der Kranken bemühte, wurde er selbst von dieser Krankheit befallen. Gottfried Locher. Über die medizinische Behandlung weiß man wenig. Zwingli musste allerlei Pulver schlucken, Beulen und Wunden verband man mit Pflaster. Noch das ganze nächste Jahr hindurch hatte er unter Anfällen von Fieber, Schwäche und Gedächtnisschwund zu leiden und musste Bäder nehmen. Doch Zwingli erholte sich schließlich und stieg auch wieder auf die Kanzel, von wo er nun auch eine neue politische Kampagne in Zürich unterstützte. Denn er hatte sich inzwischen einer Gruppe angeschlossen, die grundsätzlich verbieten wollte, Schweizer Söldner für Geld anderen Staaten zur Verfügung zu stellen. Denn während die Obrigkeiten der Kantone an diesem sogenannten Reißlaufen gutes Geld verdienten, fehlten die jungen Männer in der Heimat als Arbeitskräfte, sodass in manchen Regionen der Schweiz das Gewerbe da niederlag und Hunger herrschte. Diese sozialen Folgen des Reißlaufens deutete Zwingli nun auch theologisch, indem er sie als Zeichen des Zornes Gottes bezeichnete. Außerdem hatte Zwingli sich inzwischen auch von seinem früheren Kampfeseifer für die Politik des Papstes verabschiedet. Wie jeder andere Landesherr sollte deshalb auch künftig der Papst keine Schweizer Soldaten mehr in den Dienst nehmen können. Trotz des Widerstandes innerhalb der Eidgenossenschaft war die Kampagne gegen das Reißlaufen in Zürich schon bald erfolgreich. Im Januar 1522 ließ der Rat der Stadt jeden Söldnerdienst im Ausland verbieten. Das war nicht zuletzt auch Zwinglis Erfolg. Ohnehin wurde 1522 für ihn zu einem besonders ereignisreichen Jahr. Denn durch das intensive Studium der Kirchenväter und der biblischen Schriften hatte Zwingli immer stärker ein eigenes theologisches Profil herausgearbeitet, das nun bei seinen kirchlichen Reformplänen zur Anwendung kommen sollte. Die Kraft und den Inbegriff des Evangeliums habe ich nun aus den Schriften des Johannes und den Traktaten des Augustinus gelernt. Bisher war Zwingli, wie viele andere christliche Humanisten, der Meinung gewesen, dass man nur unter Beibehaltung der traditionellen Autoritäten eine Erneuerung in der Kirche anstreben sollte. Das änderte sich nun radikal. Der Kirchenhistoriker Ulrich Gebler. An deren Stelle setzt Zwingli jetzt die reformatorische Überzeugung von der Schrift als alleiniger Grundlage für Lehre und Leben. Die Lehrautorität des Papstes und der Konzilien, welche über den rechten Bibelgebrauch wachen, erkennt Zwingli seit 1522 nicht mehr an. In seinen Predigten übte er nun zunehmend Kritik an verschiedenen Bräuchen und Lehren der Kirche. Er griff die Ablassprediger an, bestritt mit Berufung auf die Bibel die Existenz des Fegefeuers und die Funktion der Heiligen. Zum entscheidenden Zusammenprall der reformatorischen Kräfte um Zwingli mit den Bewahrern der religiösen Tradition kam es dann in Zürich am 9. März 1522. Am frühen Abend des ersten Fastensonntags fand im Haus des Buchdruckers Christoph Froschauer ein demonstratives Wurstessen statt. Man schnitt zwei geräucherte Würste in kleine Stücke und verteilte sie unter den Anwesenden, unter denen auch Zwingli war, der aber als einziger der zwölf Personen nicht mitaß. Dieses Wurstessen in der Fastenzeit war eine eindeutige Provokation der kirchlichen Obrigkeit. Die Vorgänge im Hause Froschauers wurden schnell bekannt. Es folgten andere demonstrative Aktionen des Fastenbrechens in Zürich. Nun war der Rat der Stadt gezwungen, einzuschreiten und begann, gerichtliche Erkundigungen einzuziehen. Es herrschte eine allgemein aufgeregte Stimmung. Auch Zwingli sah sich nun genötigt einzugreifen und Stellung zu beziehen. Da er sich an dem Wurstessen nicht beteiligt hatte, war für viele unklar, wie er das Fastenbrechen beurteilte. Die Antwort gab er in einer Predigt. Aus der Bibel lassen sich keine allgemein geltenden Speisevorschriften ableiten. Deine Seligkeit hängt also nicht daran, ob du gern fasten willst oder ob du gern Fleisch isst. Das ist dem Christenmenschen frei überlassen. Eine Fastenvorschrift zu übertreten, ist daher keine Sünde und kann deshalb auch nicht mit kirchlichen Strafen belegt werden. Zwingli tritt dafür ein, den Fastenbrauch als eine Privatsache anzusehen, da es sich nicht um ein göttliches Gebot, sondern um eine Sache handelt, die sich die Menschen ausgedacht haben. Und als die Verteidiger der Fastengebote den Kirchenlehrer Thomas von Aquin zitieren, antwortet Zwingli nur spöttisch, Wie kann ein einzelner Bettelmönch wie Thomas denn die Macht haben, daß er dem gesamten Christenvolk ein Gesetz vorschreiben kann? Zwinglis Stellungnahme zum Fastenbrechen zeigt auch, wie sehr er sich inzwischen von Erasmus von Rotterdam entfernt hat. Erasmus teilt durchaus Zwinglis Kritik am kirchlichen Fastengebot, aber er möchte, daß die Oberen der Kirche das Fastengebot offiziell aufheben. Nur dies ist für Erasmus der legitime Weg, in der Kirche Reformen durchzusetzen. Solange aber das Fastengebot noch besteht, muß es auch eingehalten werden. Zwingli hingegen spricht nun der kirchlichen Obrigkeit grundsätzlich das Recht ab, in diesen Dingen Vorschriften machen zu können. Denn das sei allein eine Angelegenheit, die jeder Christ für sich persönlich zu entscheiden habe. Der Kirchenhistoriker Volker Lepin Mit dem Fastenbruch und seiner Legitimierung durch Zwingli hat dieser einen Systembruch vollzogen, aufgrund dessen Zwingli ab 1522 eindeutig als Reformator oder reformatorisch zu bezeichnen ist. Dieser Meinung sind auch Zwinglis Gegner in Zürich, die sich bisher noch bedeckt gehalten hatten. Aber jetzt sehen Sie die Chance, ihn als Ketzer zu überführen.